Sowohl Werder Bremen als auch der SC Freiburg standen defensiv äußerst stabil. Beide Teams hatten aber jeweils eine große Chance, um das Remy zu wenige Chancen gab es beim Duell zwischen Werder Bremen und SC Freiburg. Marco Friedl stand defensiv gut gegen Amidimago Images vergangenen Spieltag war das Bremer Auswärtsspiel im Schnee in Bielefeld zum Opfer gefallen, diese Pause nutzte, der Stürmer schaffte es in den Kader, aber zunächst noch nicht in die Startelf. In diese beorderte Werder-Coach Florian Kofeld im Vergleich zum 2-0-Erfolg im DFB-Pokal-Achtelfinale eben gewollte für Toprak anstelle von Monsanto. Da Freiburgs-Trainer Christian Streich, dessen Vertrag am Donnerstag verlängert wurde, tauschte nach dem 2-1-Heinz-Sieg gegen Borussia Dortmund zweimal Personal. Heinz und Kohlbe begannen für Lohmann, Wann und Schlotterbeck. Muskuläre Problemspieler steckbrief Petersen-Petersen-Nils-Spieler steckbrief Petersen-18-Petersen-Nils-SC Freiburg Deutschland Spieler-Profil-Spieler steckbrief Velkovic-Velkovic-Milos-Spieler steckbrief Velkovic-13-Velkovic-Milos-Werder-Bremen-Serbien-Schweiz-Spieler-Profil defensiv hochkonzentriert, offensiv-vorsichtig außerdem kehrte Streich wieder zur defensiven Dreier. Aus dieser versuchte der Sportclub ruhig aufzubauen und sich dann hinter die letzte Linie der Bremer zu spielen, es gelang allerdings nur allzu, weil auch die Bremer-Dreier-Kette stabil stand. Tat sich lange Zeit wenig vor dem Strat. Die Freiburger waren zwar optisch überlegen, scheuten jedoch das letzte Risiko. Nach einer guten halben Stunde tauten die Bremer bei eisigen Temperaturen dann langsam auf, vor allem der agilen August-Trends-Songes ein paar Flanken in den Straffraubenssägen. Allerdings wurde dieser blieb auch Velkovic-Verberg, als er nach Nürnwalds-Hereingabe aus wenige Meter nur Kieper Nürnberg anlaufte. Siebpunkt dennoch war Werner jetzt deutlich besser in der Partie, der Ball lief besser und man kam zu Chancen, Rashika scheiterte aus Spitzenwinkel an Nürnberg und rutschte danach nach schönem Spielzug über die linke Seite leicht weg. 45. Freiburg hingegen schaffte es nur einmal, sich bis zur Grundlinie durchzuarbeiten. Höfler schoss allerdings deutlich über das Tor. 42. Bundesliga, 21. Spieltag Leipzig-Leipzig 2, 1-2, 0 Augsburg-Augsburg-Dortmund-Dortmund 2, 2-1, 1 Hoffenheim-Hoffenheim-Leverkusen-Leverkusen 2, 2-1, 0 Mainz-Mainz-Bremen-Bremen 0, 0-0, 0 Freiburg-Freiburg-Stuttgart-Stuttgart-Stuttgart 1, 1-1, 0 Hertha-Hertha-Union-Union 0, 0-0, 0 Schalke-Schalke-Frankfurt-Frankfurt in 42 Minuten, Köln-Köln-Wolfsburg-Wolfsburg-18 Uhr-Heute-Klack-Bachter-Bach-Bayern-Bayern-Uhr-20. 30.30 Uhr blieb die aktuelle Tabelle Bremen offensiv glücklos. Freiburg auf der zweite Durchgang begann, die der erste beendet hatte, Bremen war das bessere Team. Ein Aktivbosten in dieser Phase war Schmidt, der an vielen Szenen beteiligt war. Im Abschluss aber blieb auf die Hereinnahme von Selke änderte nur wenig. Im letzten Drittel waren die Aktionen zu. Bei den Gästen dauerte es bis zur 55. Minute, ehe wieder etwas Richtung Bremer Tor gelingen wollte. Griffo schlenzte nach einem Abstimmungsproblem zwischen Gebre Selassie und Moisander, der zur Pause den angeschlagenen Velkovic ersetzt hatte, nur knapp am Tor vorbei. Noch größer war die Chance in der 77. Minute, als Pavlenka Höflers Kracher vom Strafraum ran genau vor die Füße von Peters. Der Joka war davon allerdings derart überrascht, dass er den Ball aus kurzer Distanz nicht aufs Tor weg. In der Schlussphase schaffte es Werder nicht mehr gefährlich vor das Freiburger Gehör. Weil Pavlenka Schmieds Schuss aus dem Eck kratzte, 83. Liebesbein letztlich leistungsgerechten Unentschieden zwischen dem dienstältesten Trainer, Streich, gegen den zweitdienstältesten Tore und Karten Tore für ein Zeige Tore und Karten Tore für ein Zeige Tore und Karten Tore für ein Zeige SC Freiburg Knüffler, 83. 1, 90. Plus 1, Bremen Pavlenka, Velkovic, Toprak, Friedl, Gebre Selassie, Moewald, Augustinsson, M. Eggestein, Schmidt, Raschika, Sergeant Bremen Aufstellung Pavlenka, Velkovic, Toprak, Friedl, Gebre Selassie, Moewald, Augustinsson, M. Eggestein, Schmidt, Raschika, Sergeant Einwechslungen 46. Moisander für Velkovic 2 und Selke für Sergeant 80. Ossakhofer Möwald 86. Bittenkurt für Schmidt 86. C. Groß für Augustinsson Reserve Bank etc., Thor, Agu, Mbom, Völkburg Trainer, Kofeld Freiburg Müller, Lienhard, Gulde, Heinz, Schmidt, Höfler, Günther, Santamaria, Grifo, John, Demirovic Freiburg auf, Müller, Lienhard, Gulde, Heinz, Schmidt. Hofler, Günther, Santamaria, Grifo, John, Demirovic Einwechslungen 55, Beterson für Demirovic 56. Müller für John 71. Kamara für Santamaria 90. Plus 3 Kühler für Heinz Reserve Bank, Grifo, Thor, Silke Lea, Keitel, Tempelmann, Till Trainer. Streich Schiedsrichter Team Manuel Gräfe Berlin Schiedsrichter Team Manuel Gräfe Berlin Assistenten Guido Klebe, Köln, Markus Sinn, Filderstadt, 4. Offizieller Daniel Siebert, Berlin, Videoassistent Marco Fritz, Korb, Spielinfo. Stadion Wohnen West-Weser-Stadion Spielen vor Anstoß 13.02.2021 15.30 Uhr Stadion Wohnen West-Weser-Stadion Bremen Zuschauer Chancenverhältnis 1 zu 3 Eckenverhältnis 4 zu 1 Für Bremen geht es am nächsten Sonntag, 18.00 Uhr Werder TSG 1899 Hoffenheim Weite Freiburg hat Dex zuvor, 15.30 Uhr Union Berlin zu Gast Bilder zur Partie Werder Bremen ist sehr frei Mögen Berlin zu Gast Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020